PIEGA Vielleicht zuerst zu meiner Person. Ich bin seit drei Jahren bei der Firma, eigentlich für das Automotivgeschäft eingestellt worden. Also PIEGA, das probieren wir immer noch, wir sind immer noch dran, nur darf ich dazu noch nichts sagen. Für das Automotivgeschäft eingestellt worden, weil ich vorhin bei BMW, also ich habe zehn Jahre lang bei BMW, in München gearbeitet und dort Audiosysteme entwickelt und rein ins Fahrzeug gebracht. Und noch ein bisschen vorhin habe ich E-Technik studiert, aber schon immer, eigentlich habe ich ganz angefangen, weil auch immer noch HiFi-Geschäft habe ich mal gearbeitet, ganz am Anfang. Wo bist du denn hier? Radio TV Oberlin in Sibner. Ah ja. Ja, ist schon eine Weile her. Und dort habe ich aber nur ein Jahrzeuge gearbeitet. Dann bin ich nachher in Wien, habe dort studiert und so, und dann bin ich nach München. Audio hat mich aber die ganze Zeit dann begleitet, habe dann etwas anderes gemacht, funktional sichere Elektronik, das ist natürlich das Rechnenste, was man machen kann in der Elektronik. Und dann habe ich den Manuel getroffen und gesagt, ja wir möchten gerne ein Auto reinbringen, unsere Anlage, also P-Ebenen. Und da sind wir dran. Wie das aber nicht angefühlen ist, habe ich angefangen Projekt zu übernehmen. Zuerst ist das ACE-Projekt, dort habe ich als Entwicklungsleiter, Projektleiter und so, dürfen mitfusten. Und da bin ich immer mehr reinkommen und jetzt habe ich seit zwei Jahren komplett, mache ich alles. Also als Verantwortlicher und eben auch die Lautsprecher jetzt da, die neue Coax-Serie. Gut, ich möchte dort anschliessen, wo der Stefan von aufgehört hat, bei der Piega. Piega heisst, ist italienisch und heisst auf Deutsch Falter. Und wieso nennt sich Piega Piega? Weil wir immer Bandli haben. Also Bandli ist früher gefaltet worden, oder? Dann war das so ein Wellen-Dings. Und das waren die ersten grossen, erfolgreichen Lautsprecher, die gebaut haben. Immer mit Bandli-Hochtönern damals. Irgendwann sind Mitteltöner dazukommen. Auch wieder Bandli-Mitteltöner. Und dann nach einem Coax-System, Master-Line-Source und so, das ist immer gewachsen. Aber komplett bei Piega-Tour-Tour geht es immer um Bandli. Und wer von Ihnen hat schon einen Piega-Lautsprecher zu Hause? Okay, eins, zwei. Und Coax? 5-11? 7-11? Ich auch, ja. 7-11, okay. Ihnen muss ich es nicht erklären, aber den anderen werde ich es jetzt kurz erklären. Wieso macht man denn das? Was ist denn das Besondere an einem Bandli? Vielleicht kurz zuerst ein normaler Lautsprecher. Ein normaler Lautsprecher, so ein Treiber, wie man ihn hier sieht. Aber auch wieder hochtönen, die funktionieren alle gleich. Die haben eine Spule. Auf der Spule ist ein Trager drauf und da ist die Membran dran. Das sieht man jetzt halt nicht, das ist drin. Und da fließt die Spule in Strom und das Magnetfeld, das Magnetwasser rum ist, wird eine Kraft induziert, die sogenannte Lorentzkraft und da ist die Bewegung. Das ist der Strom, den die Spule rum fließt. Das ist Wechselstrom, darum geht sie ja wieder zurück. Dort wird sie nicht mehr fliegen. Okay. Das ist das Prinzip von einem klassischen Treiber. Ein Bandli funktioniert vom physikalischen Prinzip her genau gleich. Es ist auch die Lorentzkraft. Das ist auch ein Strom, der in einem Magnetfeld hineinflusst und durch das eine Bewegung auslöst. Nur ist da das Magnetfeld und der Stromfluss ganz anders. Man hat vorne und hinten flächig Magnet. Nicht nur noch einen Punkt hinten dran. Und der Motor, der im normalen Treiber zu spulen ist, ist da auch flächig. Wieso macht man das? Damit ein gleichmässiger Antrieb wird. Also auf der ganzen Fläche wirkt die Lorentzkraft. Wie sieht ihr die Leiterbahn, da fließt der Strom durch, rauf und runter und runter. Und der induziert halt die Kraft und dann geht es vorne nach hinten mit der Membran. Das hat ein paar sehr, sehr schöne Vorteile. Erstens, wie ich schon gesagt habe, wir haben einen flächigen Antrieb. Dadurch muss man keine versteifte Konstruktionen machen für die Membranen. Also Membranen, man sieht es hier ein bisschen. Die nehmen es sehr hart und haben noch irgendwelche Massnahmen drin, damit es, wenn es aufbricht, nicht schlecht klingt. Das ist immer kein Problem der normalen Membranen. Und irgendwann bricht jede Membran auf. Also bei hoher Frequenz. Und das Problem haben wir nicht bei einem Bändli. Bändli, wie es eben die Membranen gleichzeitig da getrieben ist, muss nicht steif sein. Genau. Muss nicht steif sein und kann entsprechend extrem leicht sein. Die Membranen da drin, die hat ungefähr so, ich weiss jetzt wirklich nicht, aber ungefähr 5 Gramm. Wenn ein normaler Mitteltöner oder so hat er 10-20 Gramm. Also in dieser Größe. Und der Hochtöner selber ist noch leichter, der hat irgendwie 0,3 Gramm oder so. Das hilft, das ist genau wie beim Autofahren. Wenig Gewicht, starker Natrieb, gutes Verhalten. Beschleunigung, Abbremsen. Das ist genau das Gleiche im Prinzip bei einem Bändli-Hochtoner oder Bändli-Mitteltöner. Geringes Gewicht, starker Natrieb, extreme Impulsgenauigkeit. Jetzt kann man sich fragen, wieso machen das nicht alle? Wenn es doch so gut ist. Es ist eben nicht ganz einfach zu machen. Es ist akustisch ein guter Bändli-Hochtoner oder Mitteltöner zu bauen. Es braucht viel Erfahrung, es braucht viel Analysen. Und man kann es nicht einfach, man nimmt die Membran und nimmt das Magnetpfad rein und kommt dann schon gut. So läuft es nicht. Und es ist relativ viel Aufwand. Also da drin sind recht viele Magnete, die Stahlplatten vorne und hinten sind recht teuer. Und es muss alles sehr präzis sein. Man kann nicht einfach, jeder zettelste Millimeter Abweichung beim Fräsen von da hinten, von den Platten oder so, würde es unbrauchbar machen. Für die Magnetmontage und so. Und ja, also darum ist es einfach, es ist ein relativ hoher Aufwand. Darum auch nur in den hochpreisigen Produkten. Es gibt keinen tausend Fränkungen Lautsprecher auf der Welt mit so einem Coax. Es ist einfach nicht machbar, in dem Fall. Sie machen das absolut selber. Es gibt ja andere Hersteller, die, also die Standardbändli, kann man ja auch einkaufen. Bändli kannst du auch einkaufen. Ja, ja, die kann man machen. Es gibt eine Billigmasse-Wändli, aber euer ist... Das ist von Grund auf selber konstruiert. Zusammengebaut wird er, damit wir dann nicht alles in Haus selber machen. Die Magnete natürlich nicht. Ja, also klar. Die Frontplatten, die lassen wir auch extern fräsen. Und einfach, weil es eine so eine Spezialmaschine braucht für die Genauigkeit. Das Erzen der Leiterbahnen darauf, das lassen wir auch machen. Da kennen wir genau zwei Firmen weltweit, die das können. In dieser Präzision, weil die sind extrem nahe beieinander. Und so, das ist ein bisschen das Thema überhaupt bei so einer kleinen Firma. Wenn man mit der Besten mitspielen will, dann muss man sich starke Partner suchen. Also wir haben zum Beispiel das Gehäuse, das ist ein Strangpresseprofil-Gehäuse. Da gibt es auch nochmal... Also wir haben eigentlich am Schluss noch eine einzige Firma weltweit gefunden, die uns gesagt hat, hier, das Name für euch, das können wir machen. Und... Ja, um das geht es auch ein bisschen, oder? Es ist wie bei den Rennautos oder so. Wenn man das Beste machen will, muss man sich irgendwo etwas herholen, wo... wo halt als Partner funktioniert. Okay. Aber das Konzept, die Zeichnung, zusammenbauen und die meisten Teile, also viele Teile machen wir auch selber. Also das ist schon super. Gut. Und... Jetzt... Wieso sollen sie neue Coax kaufen? Ich würde sagen... Nein, wollen sie nicht. Es ist gut, ihr Lautsprecher, wo sie dann... Fabel. Du? So, danke. Ja. Danke. Also ich würde jetzt kurz etwas erzählen, noch zu den Coax selber. Was haben wir neu gemacht? Wo unterscheiden sie sich zu alten und dann machen wir Musiklose? Das Erste, was auffällt, ist, wir haben die Volumen vergrössert. Also wenn sie die 7-11-Anchreibung, die sie haben, dann ist die jetzt ungefähr... Ich weiß gar nicht, wie viel grösser wurde, tiefer wurde, aber breiter ist sie nicht geworden. Die Breite haben wir beinhalten. Einfach um mehr Volumen zu geben. Wieso machen wir das? Weil mehr Volumen ist immer gut für einen trockenen, sauberen, tiefer Bass. Also man kann aus einem kleinen Lautsprecher sehr schön, sehr viel Bass rausholen. Aber ein Volumen ist einfach im Grundsatz nur, um mehr Volumen zu ersetzen, wenn man wirklich Präzision nimmt. Das ist... Einfach mit Membranen statt mit Luft. Okay. Das ist der untere Teil. Das Gehäuse haben wir neu gemacht. Wir haben die Wandstärke dicker gemacht und so. Einfach um das ruhig zu stellen. Das Ziel ist ja, dass das Gehäuse möglichst keine Vibrationen auslösen, weil es zum Schallanteil beiträgt im Raum dann. Und das ist störend. Also das nimmt man wahr als verfärbiger. Wenn man ganz billige Lautsprecher hat, dann trönt das nur so bei gewissen Frequenzen. Bei teuren Lautsprechern nimmt man es dann eher so ein bisschen subjektiv wahr. Man weiss nicht so genau, woher das kommt. Und bei richtig guten Lautsprechern denkt man, aha, es ist jetzt aber sauber, trocken. Es ist aber auch ein Mittelwertbombereich. Es ist nicht nur ein Wasser. Es ist auch ein Mittelbombereich, das das Gehäuse für Färbungen verursachen kann. Und damit das gelingt, haben wir... Dieser Trick hat sich schon der Kurt Scheuch einfallen an. Da haben wir solche Timm-Module drin. Also das ist jetzt quasi so ein Lautsprecher ein Stück rausgeschnitten. Und was machen die Timm-Module? Die drücken in ihren Lautsprecher, die sie haben, gegen die Wand drücken und vor Spannung machen. Das verhindert einfach, dass das Vibrieren anfängt. Die neuen Timm-Module, die sind jetzt verschraubt auf der Seite. Das heißt, die zieht das richtig hinzuziehen, auf beiden Seiten. Und in der Mitte dann nochmal zusammenziehen. Das heißt, ich habe eine komplett fixierte Wand. Da schwingt nicht mehr nach. Zusätzlich gibt es noch andere Massnahmen drin, um die Höhenfrequente anzuteilen, ein bisschen zu dämpfen. Aber das ist so die Hauptdämpfung, die wir drin haben. Wo lassen Sie diese Teile? Also das Aluminiumfertige von Arbeit? Auch dort haben wir zwei, drei Zulieferer. Es ist auch in der Schweiz. Wo man die dann noch fräse. Ich weiss gar nicht, wie der heisst. Der Fräser ist der Pisslinger. Das ist aber der Dings, der macht Stangpressprofil. Stangpressprofil? Ja, nein, der Timm-Modul-Fräser ist ein anderer. Ich bin nicht zum Sourcing, bin ich nicht zum Sourcing. Es ist ein Rapperschwell. Ja, okay. Ich weiss es nicht. Es ist eine Rappierfirma, die wir uns bestellen. Ja, genau. Soviel zum Gehäuse. Das haben wir auch ein bisschen machen müssen, weil durch die grössere Fläche, die wir auf der Seite haben, wird das natürlich anfälliger gegen Vibrationen. Und vor allem, wenn der Druck innen entsprechend hoch ist, fängt das an mitunter. Wie an der Uni wird es anfangen zu vibrieren. Und das wäre nicht gut. Die Grösse von dem, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, von dem Lautsprecher ist momentan das Grösste, wo man Strangpressprofil technisch herstellen kann, in dieser Qualität. Also, wir brauchen ja gewisse Toleranzen, damit das alles nachher nicht zusammenhält und gut kommt. Und es sind, glaube ich, die 0, ich weiss, das weiß ich nie aus, sondern 0,2 Millimeter oder 0,1 Millimeter, haben wir in der Länge Toleranz. Und bei allen Ausfräsungen ist sowieso kein Problem, aber jetzt eben im Cut oben dran, und bei solchen Sachen sind wir in diesem Toleranzbereich. Das ist schon... Da gibt es viele, die das Standpressprofil machen, aber sagen, nein, das können wir nicht. Die Toleranz, wie nur meistens Maschinen oder Flugzeugteile, die nicht genau sind, aber nicht so. Gut. Das dritte, was wir noch geändert haben, oder überarbeitet haben, ist der Coax selber. Jetzt... Der auffälligste Unterschied ist, zu den 711ern, zum Vorgänger, ist, wir haben über dem Hochdünner nochmal einen Magnet gemacht. Das heisst, wir haben jetzt auch ein symmetrisches Magnetfeld, vorne und hinten. Das ist das Gleiche. Wir haben einen Magnet drin. Das hilft einfach nochmal, um erstens den Wirkungsgrad zu erhöhen und zweitens, um die Verzerrung und Distortion noch weiter runter zu bringen. Dann haben wir die Frontplatte dicker gemacht. Warum haben wir das gemacht? Damit wir innen dran, die Magnete, die da drin sind, zu weich aufhängen können. Wieso wollen wir die weich aufhängen? Damit es nicht klirrt, also damit es nicht ringt. Wenn ich jetzt dagegen klopfe, dann hört man, es ist gedämpft. Also Aluminium ist einfach nichts drin, außer Aluminium und Magnet. Wenn das nicht weich geklebt wird, dann würde es BING machen. Und das macht es dann nicht. Wenn es ganz zusammen ist, ist es überhaupt ruhig. Das ist jetzt einfach nur, wie es hier aufgespannt ist, gibt es einen gewissen Rest... äh... Rest-Schepper. Okay. Das haben wir gemacht. Dann haben wir uns stark mit den Membranen auseinandergesetzt. Und zwar haben wir das nicht nur allein gemacht, sondern auch mit einem Partner, mit der Zürcher, eine Hochschule für angewandte... Kunst hat jetzt gesagt. Für angewandte... Wissenschaft. Wissenschaft. Ja, ja. Und dort haben wir dann mit dem Laser-Vibrometer darauf geschaut, was passiert da eigentlich auf dieser Membran? Bei welchen Frequenzen? Wo könnte man das Problem haben? Wie können wir es optimieren? Ja. Das, äh... Das ist sehr, äh... aus unserer Sicht erst einmal sehr, äh... sehr erfolgreich gewesen. Wir haben da eine neue Beschichtung hintendrin entwickelt, wo die, äh... das Verhalten nochmal deutlich verbessert hat, vor allem im unteren Übertragungsbereich. Unteren Übertragungsbereich bei so einem Treiber ist ungefähr zwischen 400 und 500 Hertz. Ähm... dort ist jetzt deutlich linear und der Gass ist auch... ist halt die Abstimmarbeit sehr viel einfacher geworden. Linear heisst, der ist im Frequenzgang, hat es typischerweise, und das ist ganz normal für so einen Treiber jetzt im Peak, ne? Dort ist die Resonanz, und nachher wird es je nachdem jetzt gerade oder ein bisschen wellig. Und je nachdem, wie wellig das ist, muss man mehr oder weniger korrigieren, damit es nachher, und sie hören, wirklich einen linearen Frequenzgang hat. Ähm... Es braucht wenige Bauteile, und das Ganze in sich funktioniert einfach deutlich stimmiger. Darum, wir haben dann... Ich habe ja eine richtig einfache Frequenzweiche können machen, einfache in Anführungszeichen. Es hat, äh... Trotzdem ist eine Flankensteilheit von... von dritten Grad, also 18 dB. Und... Das braucht es einfach für Bändle, aber sonst Korrekturen oder so, wie man manchmal sieht, ein komplizierter Netzwerk, wo Züge und Sachen korrigieren, das haben wir alles nicht machen müssen. Also es ist eigentlich nur Frequenzweiche, keine Frequenzgang korrektur. Genau, jetzt wären wir auch schon beim Schluss, weil das ist das, was wir als letztes gemacht haben, die Abstimmung. Ja, nein, zwei Fragen, genau. Letztes Mal sind Fragen viel gekommen, jetzt habe ich sie auch zugetextet. Ja, also ich bin jetzt überrascht, hätte es nicht gedacht, dass das Aluminium so dick ist, auf der Seite? Also wenn du Lautsprecher so gesagt hast, hätte man gesehen, wie die Rechte... Hä? Ja, nein, von der Dicke, oder? Also wir sind... Also wir sind... Also steht da die Dicke, da hätte ich jetzt gemeint... Handstärke, ja. Sind wir auch dick geworden? Zu 7, 11, 5, 2 Millimeter, oder Roger? Ja, also vorne sind wir jetzt bei 12, und auf der Seite, ich weiss nicht, das ist nie auswendig, sind wir jetzt glaube ich bei 7. Ich glaube, ich mache die Anslage-Technik. Ja, der wird... Der Lautsprecher, ich glaube, der steht 62. Ja, der kann es vorher schon denken, das ist so zu gewaltig, was da drin wurde. Weisst du, äh, 8 Watt und so, wäre vielleicht noch spannend, wäre ich stärker und so. Ja, genau, 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 genau. Wer noch gute Fragen hat, oder? Ich habe 8 Watt, kann mich der betreiben, so... Ach du, 8 Watt? Nicht so laut, also das ist gut für die 8 Watt, Ja, jetzt wissen wir es auswendig, oder? Ja, also 2,9. Ab 100 Watt, um die 100 Watt rum, ist das schon ziemlich gut. Ich würde, persönlich auch als Elektroingenieur nicht einen Verstärker nehmen, der unter 100 Watt hat, oder besonders gut gebaute ist, oder so, lieber zu viel Watt. Äh, also 200 Watt. Würde ich, würde ich empfehlen. Was wir gemacht haben, ist, ähm, auch, eine Impedanz-Linealisierung. Normalerweise hat man, wenn man nichts gemacht, hat man die Frequenzweiche, hat man so ungefähr 2 KHz, 3 KHz, je nachdem, wie der Hochtoner einsetzt, gibt es einen Peak, und der verträgt die Röhren in Stufe ganz schlecht. Das verfärbt er nachher mit der Röhren in Stufe. Also der ist, ab 100 Hz, ist die Impedanz, ist linear. Also, ihr könnt auch eine Röhren in Stufe nehmen, von mir aus dann auch mit 20 Watt, denn wenn das gekliert ist, nicht so schlimm. Die, die bringen mir ja dann dauernd ins Klieren, und das ist nicht ganz so tragisch, wie ein Transistor, der dann auch wirklich wehtut. Ja. Also ist dann der Röhren, der Röhren, der Stecher und der Endstufe nicht das Optimale für die, für die Lautsprecher? Ich würde jetzt sagen, eine Röhrenendstufe ist nie optimal. Das war jetzt böse, ja. Ähm, nein, ich probiere jetzt es jetzt aus. Also, weil, es gibt jetzt keine 3 Watt oder 5 Watt, es gibt ja die, wie eigentlich, Single Ended, äh, Ja gut, man hat ja von gescheidenen, oder so. Du hast einen Moment, es gibt gute 8 Watt Single Ended, oder, die Frage ist eben, passt es mit einem Lautsprecher, oder nicht? Es gibt eben die Lautsprecher, also, Nein, für den nicht. Aber den nicht? Nein, das Clipschon ist da besser. Genau. Also Dings geht, ich habe den Dings, auch du hast es ausprobiert, das erste Mal zuhause gehabt. Ja. Ja. Oder hast du ihn immer noch? Ja, jetzt weiss ich wo ich stehe. Der geht gut, oder 6 Elf, nein, was habe ich jetzt gehabt? Nein, der 6 Elf, der Kleine habe ich es gehabt. Perfekt. Ja. Und das ist früher an einer 7 Elf, ist das irgendwo, hat das nicht harmoniert, hat es irgendwo so eine, eine Analytik, oder eine Phasenfliebung gemacht, die nicht gegangen ist. Da bei denen denke ich, das ist auch 2x50 Watt, ist ein bisschen limitiert, auch dort, also Leistung ist, ja, die gehen auf jeden Fall, die nicht ran kann, das ist richtig cool. Aber du kannst auch mit 2x50, 2x80 Watt Röhren dort auf, das geht gut. Absolut. Das ist noch etwas an der Aufstellung der Speaker. Da steht es relativ breit und relativ gerad. Ja. Also ist Einwinklung, Abstand, hast du da noch ein paar Interessante? Also Abstand, ist eigentlich da, wie es jetzt aufgestellt hat, ist es tip top, also ungefähr so ein halber Meter Abstand zur Rückwand, das ist immer gut, egal was man für einen Lautsprecher nimmt fast. Zum Anwinklen, das kommt mich auch darauf an, wenn sie Sachen machen, die sie nicht machen sollten, wenn z.B. an einer Seitenwand Händler ausbrechen, also wenn ich jetzt eine Seitenwand wäre, dann hilft das Anwinklen und die Reflektion da zu minimieren oder zu reduzieren, das gibt einen besseren Fokus. Also diese Seitenreflektion da, ist eigentlich das ziemlich Schlimmste, was man machen kann. Also für die Klarheit vom Klang, das hat mit dem Hase-Effekt zu tun. Egal. Also der Hase war ein Physiker und der hat mich mit den Akustikus hineingesetzt und er ist nicht davon gekoppelt. Nein, es geht um das Gesetz der ersten Wellenfront. Man tut Geräusche bis zu einem gewissen Grad, wenn sie zeitlich verzögert kommen, immer noch am ursprünglichen Ereignis zuordnen. Das macht das Hirn. Und das ist ungefähr bei 30 Millisekunden oder so. Also alle Signale, die in dem Bereich verzögert kommen, werden trotzdem am ursprünglichen Ereignis zugeordnet. Jetzt muss das Hirn dafür aber rechnen. Das klingt, das ist nicht besonders geil, also gut, entschuldigung, nicht besonders gut für das Klangerlebnis, für das entspannte Hören. wenn sie da sind, dann haben sie genau so eine Zeitverschiebung und der ist eben auch nicht abgedämpft. Wenn es nach hinten geht, und wieder zurückkommt, wenn sie da einen Meter haben, 6 dB gedämpft, nochmal einen Meter zurück, wo es nachher wieder gleich wird, dann haben sie schon ungefähr 7-8 dB gedämpft. Das heisst, es ist weniger schlimm als da, wo ich fast den gleichen Weg habe, dass das Signal auf der Seite wird relativ wenig gedämpft im Verhältnis zum Hauptschall und das ist ansteigendversorg. Das ist einfach, die Seitenreflektionen sind oft nicht so nachschuldig. Ja, aber die Erseiterreflektion an dem Physik, wenn man sie akustisch an dem Physik optimiert, wenn man jetzt 10 cm dicke Isolationsbereich dann hat man die Möglichkeit näher anfangen. Ja, das geht schon. Was eben auch hilft, ist, wenn man die Lichter da hinwinkommt. Zusatzlich massen. Ja. Und auch sonst ist es ein bisschen, ich würde sagen, so wie es jetzt da ist, so Licht zum Hörer eingewinkt, so haben wir sie auch ungefähr abgestimmt. Gut. Und Stereo 3 ungefähr so 1,5-fache Abstand oder so zwischen dem gleichen und 1,5-fache Abstand von der Lutschbreche sollte man halten. Und wenn es dann geht, nicht nahe an der Rückgewand. Das ist auch oft eine Quelle für unangenehme Erlebnisse. Ja, gerne noch mehr Fragen? Also was darf denn so Distanz sein? Also was sollte Distanz sein zu der Wand? Ja, immer wenn es ab einem Meter wird es relativ entspannt. Okay. Also ich habe jetzt wirklich vom Extrem gesprochen. Wenn man zu 20 cm Abstand hat, oder so, dann wird es schwierig. Aber man muss ein Licht einwinkeln, man kann ihn nicht gerade lassen. nachher an der Wand gehst, dann kannst du einwinkeln. So, gell? Ja, das ist so die Idee gewesen. Wenn jetzt zwei Meter dann muss man nicht. Das ist eigentlich die Idee. Wenn du nachher an der Wand bist, dann hast du sehr viele Reflektionen umgelegt. Und das stört dich und dann gehst du einwinkeln. Ja, genau so. Das ist eine mögliche Massnahme. Man kann sofort ein bisschen verbessern. Aber ansonsten gerade, ich laufe tipptopp. Also, das geht. Okay. Wie macht das Mitteltonbändchen? Es kann theoretisch plus minus 1 mm. Okay. Aber das macht es nicht. Wie wir viel früher dann abregeln bei 400 Hz. Und dort sind es, glaube ich, ich müsste mal nachschauen. Das tue ich in dem Messer und das stimulieren. Das ist ziemlich genau 0,2 mm. Okay. gut. Ja. Jetzt würde ich sie hören lassen, wenn das für sie okay ist und sie keine Fragen mehr haben. Ist gut. Darf ich schnell die Kette erklären? Ah ja, genau. Das ist das letzte Worte. Ja, kaufen müssen wir es für mich. Also, die üblichen Verdächtigen. Die Quelle ist ein DC-Streamer Rossini. Sie haben Tidal drauf. Wir haben Kobus drauf. Das sind die Streamingdienste die zwei bekannten guten. Neu überarbeitet worden. Und der heisst es unterdessen von Cine Apex. Neues Buch drin. Vorstufe, Röhre vorstufe, Outreer search, Referenz 6 ESC, Endstufe, ein D'Agustino Transistor Endstufe mit 200, 250 Watt. Also, wir haben die erfüllt. Wir haben dann verschiedene Sachen gebaut. Es war gestern eigentlich, wo der Stefan das erste Mal gekommen ist. Oder vorgestern, glaube ich, bist du gekommen. Vorgestern, ja. Dann habe ich den Integrierte gehabt, den Vorverstecher und das Träumen fertig. Und der Stefan von Nellis muss schladen, das ist hammer cool so. Lass ihn never touch running system. Ich konnte es nicht lagen, aber ich habe ihn trotzdem irgendwie probiert. Und es macht dann noch etwas mehr. Aber auch hier vorne haben wir auch den Integrierte. Der Integrierte D'Agostino alleine, das funktioniert wunderbar. Also leistungsmäßig sowieso und auch sehr harmonisch, dynamisch, räumlich. Also richtig gut. Also es sind nicht heikel, es spricht wirklich lautsprechend guter Wirkungsgrad. Und es ist nicht irgendwo etwas, das eben auch mit den Röhren geht. Also ich könnte eigentlich alles dranhängen. Also lautsprechend. Also Streamer ist ein DCS Rossini Apex. Der ist etwa vor zwei Monaten neu im Märk. Hat jetzt ganz einen vollen Bericht im Seraphile. Ist ganz aktuell. Ist einfach überarbeitet. Und das gibt es seit vier, fünf Jahren schon. Speziell an dem, das ist ein sogenannter Ladderdeck mit Widerstandsnetzwerk. Dann Vorstufe ist eine Röhrenvorstufe. Auch die Research Referenz 6 SC. Auch überarbeitet wurde vor zwei Jahren. Einstrufe ist ein D'Agostino. Aus der Progressionserie. Die ist sehr kontrolliert und treibt einfach die Ausspräche von hinten dran. Sehr gut. Ich habe gestern eine Kombination dran gehabt. Oder Stefan von der Pirga da gewesen. Einfach mit dem Streamer und dem Vollverstärker. Mit dem D'Agostino. Mit dem Progression. Mega gut. Und die Handlung. Und Stefan hat gesagt, das muss ich lassen. Ja, nicht anlangen. Und ich habe ihn nicht gehört. Dann habe ich es trotzdem noch probiert. Aber es wird nachher anders. Es wird nachher einfach so. Dann schmelzt es noch ein bisschen. Die vorne an der 6.11 ist der Progression dran. Das war ein reiner Transistor. Wenn man da nicht... Es sind ein bisschen Unterschiede da. Aber der Lautsprecher zeigt es einfach so schön. Ja. Und äh... Und äh... Der Kabel liegt sehr deutlich transparent gemischt. Auch. Haben wir Mühe gegeben. Weil... Ehe ist ja und ich jetzt. Und ja... Aber es geht nicht sehr viel aus. Ich habe es geschafft. Und Sie schauen, wie übers Good. Untertitelung des ZDF, 2020